Mein Name ist Erik Neusel, ich bin 17 Jahre alt, 2,2 Meter groß und das Spiel ist Small Forward. Meine Mutter hat früher selbst Basketball gespielt, auch in der ersten Bundesliga und als ich dann acht oder neun Jahre alt war, hat sie dann gesagt, dass ich mal mit in die Halle kommen soll und beim Training mitmachen soll und seitdem ist es eigentlich eine richtige Liebe geworden, das Basketball zu spielen und hat auch nie wieder aufgehört. Ich werde erst mal mein Abitur machen, das ist erst mal das Wichtigste und danach denke ich, werde ich so lange Basketball spielen, wie es mir noch möglich ist, auch neben dem Studium nebenher und dann gucke ich mal, wo mich das hinführt und ich hoffe, dass es mich noch relativ lange begleiten kann. Persönlich hoffe ich mir, dass ich mich weiterentwickeln kann, eigentlich Woche für Woche, da ich mit den Profis zusammenspielen kann und es halt auch was ganz anderes ist, als nur im Jugendbereich zu spielen und so auch neue Erfahrungen zu schaffen für mich. Die Rundsporthalle natürlich, da gibt es keinen schöneren Platz. Normalerweise höre ich eigentlich immer die ganze Zeit Musik, die mich ein bisschen motivieren kann und dann bin ich eigentlich meistens in der Kabine immer sehr fokussiert und dann geht es eigentlich auch schon zum Aufwärmen, also Musik fokussiert sich in der Kabine und dann so zum Aufwärmen eigentlich. Musik 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 Musik